Hallo liebe Zuschauer, unser heutiges Video auf Wunsch einiger Zuhörer. Welche Marktdatenabos habt ihr bei Interactive Brokers? Und dann noch als kleinen zweiten Beitrag VXX und VXXB. Was haben sie gemeinsam, was ist verschieden? Wer bei Interactive Brokers handelt, das sind die meisten Optionshändler oder man ist bei den Introducing Brokers, Cat Trader oder Links. Da braucht man Marktdatenabos, für die muss man normalerweise zahlen. Für manche Dinge gibt es einen Waiver, also eine Gebührenerlassung. Nicht immer dann, wenn man eine gewisse Anzahl von Positionswechseln im Monat macht. Wenn man also eine gewisse Anzahl von Commissions generiert, dann kriegt man teilweise die Gebührenerlassen. Ich möchte nur ganz kurz mal zeigen, was bei mir alles aktiviert ist. Ich sage von vornherein dazu, ich bin ein Nicht-Rohstoffhändler. Das heißt also, diverse Rohstoffbörsen sind bei mir nicht enthalten. Wir machen vor allen Dingen Aktienindizes, Aktienoptionen und Bola-Produkte sind auch dabei. Und die Eurex habe ich auch noch dabei, die ich selten, aber gelegentlich handel. So, zunächst mal. Wie kommt man überhaupt auf die Marktdaten? Es geht ganz einfach über die Startseite der Kontoverwaltung aus der TWS hinaus. Das ist eigentlich am bequemsten, weil man braucht da nicht nochmal extra Login machen. Das geht eigentlich am besten. Dann geht ein Browser auf. Über einige persönliche Seiten kommt man dann rein in die Marktdatenverwaltung. Manchmal wird man am Login gefragt. Normalerweise muss man sich nicht neu einloggen. Sollte das der Fall sein, bitte diesen Browser-Tab wieder schließen und es einfach nochmal probieren. Normal beim zweiten Mal komme ich zumindest dann typischerweise rein. Entscheidend ist, dass man jetzt einen richtigen Menüpunkt findet. Interactive Progress hat auch zuletzt mal wieder das Interface der Webseite ein bisschen geändert, aber das ist ja nicht schlimm. Da hilft ja dieses Video dann vielleicht. Hier links ist das Menü versteckt. Das ist ja auch so ein bisschen die moderne Art, Menüs unterzubringen mit diesem Symbol hier. Und dann ist es wichtig, dass wir auf Einstellungen gehen. Und jetzt, welches ist es? Es ist die Benutzereinstellung, nicht die Kontoeinstellung. Kontoeinstellung meint andere Dinge. Das meint mehr die Handelsberechtigung und dergleichen mehr. Und ob man Professional oder Non-Professional ist und dergleichen. Bei Nutzereinstellung ist das Richtige. Da gehen wir jetzt mal drauf. Und dann sehen wir hier rechts die Marktdatenabos und die Zahnräder. Die führen dann immer dorthin, wo man irgendwas konfigurieren oder verändern kann. Und jetzt sieht man hier schon, welche Marktdatenabos in meinem Falle abonniert sind. Wir brauchen auf jeden Fall CBOE Streaming Market Indexes. US Equity and Options Add-on Streaming Bundle. Das kostet 4,50 und das kostet 2,25. Sowie das US Security Snapshot and Futures Value Bundle für 10 Euro im Monat. Oder 10 Dollar im Monat, soll ich besser sagen. Das CFE Enhanced hier, wo jetzt hier der Mauszeiger ist. Das sind die WIX Futures, beispielsweise. Wer die in Echtzeit haben möchte, also in meinem Fall ist es gegeben, möchte die in Echtzeit haben, dann zahle ich auch diese 3 Dollar im Monat noch obendrauf. Und hier unten haben wir die Eurex. Es reicht Eurex Core. Reicht vollkommen aus. Für uns gilt ganz klar, das gilt für Christian Schwarzkopf und für mich und für andere. Wir machen kein Day Trading oder irgendwas mit Options. Und irgendwie das Orderbuch und Level 2 Orderbuch und diese ganzen Geschichten. Wir brauchen das alles nicht. Wer es haben möchte, kann es natürlich entsprechend dazu nehmen. Und dann haben wir noch diverse Dinge, wo einfach die Gebühren erlassen sind, wenn es sowieso nichts kostet, auch wenn ich es nicht oft benutze. Dann Mutual Funds. So viele Mutual Funds handele ich normalerweise nicht. Aber es kann ja sein, dass für Sie das interessant ist. Wie auch immer das nichts kostet, kann ich es einfach ankreuzen. Wie wählt man Marktdatenabos aus? Auch hier wieder nach so einem Zahnrad suchen. Zahnrad konfiguriert immer. Und da sollten wir jetzt in die Lage versetzt sein, da irgendwas zu ändern. Und hier haben Sie das aufgeteilt in Regionen offensichtlich. Asien, Pazifik hat mich noch nicht interessiert. Das kann sich ja mal ändern. Wer weiß, die Welt ändert sich. Und die Asiaten als aufsteigender Kontinent, vielleicht kann man da auch mal liquide Optionen handeln. Ich würde mich freuen. Ansonsten gehen wir einfach mal auf die Sachen hin, was man hier jeweils hat. Und dann kann man hier diverse Dinge entsprechend markieren. Das, diese 4,50, das gab es früher umsonst. Jetzt seit ungefähr einem Jahr nicht mehr. Und hier dieses Security Snatchers und Futures Value Bundle. Das steht, die monatliche US-Dollar-10-Gebühr wird erlassen, wenn immer monatliche Provisionen in Höhe von 30 US-Dollar im Konto erreicht werden. Bei mir ist das locker gegeben. Ich handel dafür genug. Aber der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, dass Sie hier jeweils Dinge weiter ankreuzen können. Die Indizes, die ich benutze, die Haupt-US-Indizes, also SPX, RUT beispielsweise, sind da alle dabei. NDX ist übrigens nicht dabei. Da reicht mir der NQ-Index, also die Nasdaq Futures, reichen vollkommen aus. Und diese Frage taucht auch oft aus, Russell-Tick-Indizes, oder Russell-Tick-Indizes, Realtime. Brauchen wir das? Ich brauche es nicht und habe trotzdem wie ein Russell. Funktioniert eigentlich ganz gut. Und das heißt, der Russell ist in dem Fall woanders enthalten. Hier gibt es noch jede Menge schöne Sachen, die ich alle persönlich nicht brauche. Aber das kann ja dann sein, dass Sie vielleicht Interesse haben. Wo Gebühren erlassen steht, setze ich dann das Häkchen. Wenn man dann fertig ist, ein Level 2 Markttiefe, das brauchen wir halt zum Beispiel überhaupt nicht. Christian braucht es nicht und ich brauche es auch nicht. Das interessiert uns eigentlich nicht, weil wir messen, wir handeln keine Optionen nach dem Orderbuch, sondern wir handeln Optionen nach dem Optionspreismarkt. Nach Optionspreisen, nach den Optionskriechen, nach dem Basiswert, teilweise nur noch im Kalender. Sprich, da brauchen wir keine Markttiefe. Das heißt, da muss dann jeder für sich die richtige Entscheidung entsprechend treffen. Ich kenne auch Leute, die festpatientliche Wertpapiere handeln, machen wir auch nicht so. Aber hier haben sie dann die verschiedenen Sachen. Das wollte ich nur mal gezeigt haben, nur als eine kleine Einführung. Okay, da komme ich noch geschwind zum zweiten Thema. VXX und VXXB. Der eine oder andere hat sich vielleicht eine Weile nicht um VXX gekümmert und hat vielleicht vergessen, das Produkt gibt es gar nicht mehr und sucht vielleicht verzweifelt in einer anderen Chartsoftware oder auch bei Interactive Brokers. Gibt es nicht mehr. Das ist ausgelaufen nach genau zehn Jahren Lebenszeit vor kurzem. Und jetzt gibt es den Nachfolger VXXB, also sozusagen die B-Version des A-Produktes, könnte man sagen. Die macht exakt dasselbe. Wer backtesten will, da habe ich den Tipp, ihr könnt noch bei Finance, Yahoo, VXX, das alte VXX, könnt ihr die Daten der gesamten Lebenszeit dieses Produktes, nämlich von Januar 2009 bis Ende Januar 2019, könnt ihr euch die historischen Daten ziehen in der üblichen Form, vom Erstpreis, Höchstpreis, Tiefstpreis und End of Day. Und das für, wie gesagt, die zehn Jahre Historie. Da habt ihr was zur Verfügung, das nur als kleinen Tipp unter finance.yahoo.com. Und ansonsten ist jetzt VXXB aktiv. Was mir noch als Optionshändler einfällt auf die Schnelle, die Optionen waren bei VXX brillant, liquide. Das ist für uns ja Trumpf, Liquidität ist Trumpf. Mittlerweile ist es so, dass VXXB das Zepter übernommen hat. Und da sind die Optionen mit Stand heute nicht ganz so gut. Aber ich vermute, dass es noch besser wird. Aber die Bit-Arts sind befriedigend, aber sie sind nicht sehr gut, wie sie bei VXX waren. Dennoch kann man natürlich mit VXXB auch ordentliche Trades soweit machen. Und ich zum Beispiel handel meine Three-Line-Break-Short-Strategie auf VXXB in dem Fall ganz normal weiter und auch andere Strategien. Das nur dazu, denken Sie daran, passen Sie auf mit diesem Produkt. Der Preis kann explodieren, er kann sich mal geschwind verdreifachen. Auch in einer normalen 10 oder 15% Korrektur kann das passieren. Zum Beispiel 2011, zum Beispiel auch im Jahre 2018. Da hat er sich innerhalb kürzester Zeit verdoppelt, aber innerhalb sehr kurzer Zeit. Das nur noch mal am Rande. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute. Der Markt ist zurzeit bullig, wie praktisch fast jeden Tag seit dem 26. Dezember. Dann wünsche ich Ihnen ein glückliches Händchen. Wenn Ihnen unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns wie üblich auf positives Feedback auf den sozialen Netzwerken YouTube, Facebook, Twitter und LinkedIn. Tschüss und bis zum nächsten Video. Ihr Olaf Lieser Tschüss und bis zum nächsten Video.